Die Blasenentzündung ist ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer und in der Regel liegt eine Infektion durch Bakterien der Blase vor. Ganz häufige Symptome sind Schmerzen beim Wasserlassen, sehr häufiges auf Toilette gehen, oft auch mit Blut im Urin und in der Regel lässt sich eine Blasenentzündung therapieren über viel trinken, in manchen Fällen auch mittels Antibiose, oft als Einmalgabe.